Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fouillet-Rein. Letztes Mal haben wir uns die Fouillet-Kerne hingeschrieben als einfach arithmetische Mittel von Dirichlet-Kern und haben dann so ein bisschen schon mal aufgeschrieben, wo wir hinwollen. Also wir wollen hin, dass wir halt insbesondere eine periodische Darstellung haben, die gerade ist, größer gleich 0 und die so ein paar schöne Eigenschaften hat, hier namentlich diese 4 und 5. Bevor wir das jetzt beweisen, gucken wir uns wie angekündigt nochmal ein paar Graphen dazu an. Und zwar hatte ich ja mal hier irgendwann dieses GeoGebra-Applet gemacht, was ich irgendwann auch nochmal vernünftig mit Python setzen möchte, aber das sei dahingestellt. Auf jeden Fall haben wir hier die Dirichlet-Kerne und wir haben hier auch so ein paar Fouillet-Kerne eingetragen. Wichtig bei den Fouillet-Kernen, ich habe hier nicht die Darstellung verwendet, die bei deinem Satz 2.12 noch beweisen werden, sondern ich habe die Darstellung der Definition benutzt. Also wir summieren hier einfach die Dirichlet-Kerne auf und mitteln. So, was passiert? Ich mache mal hier das Ding aus. Der 0. Dirichlet-Kern ist ja einfach konstant 1. Dementsprechend ist der erste Fouillet-Kern auch konstant 1. Da passiert noch nichts Spannendes. So, gucken wir uns jetzt die ersten beiden Dirichlet-Kerne an. Dann sehen wir ja, wir haben hier ein Offset quasi um einen nach unten. Das heißt, wenn wir die beiden addieren, dann landen wir bei etwas, was positiv ist. Also nicht negativ. Und wenn ich jetzt den zweiten Fouillet-Kern mache, der diese Mittel unter macht, dann sieht der folgendermaßen aus. Und wir sehen, das was wir erwarten, wir haben irgendwas, was nicht negativ ist. Wenn wir jetzt den dritten, also den D2, den Dirichlet-Kern noch dazu nehmen, der hat dann hier so ein bisschen höheren Peak, dann sehen wir, der geht hier ein bisschen tiefer runter. Und dadurch, dass wir jetzt hier die beiden Werte drauf addieren, schiften wir den so weit nach oben, dass der wieder positiv ist. Also die Summe dieser ersten zwei, drei Dirichlet-Kerne. Und wenn ich mir den Fouillet-Kern dazu angucke, dann muss ich ihn mal ein bisschen aufräumen, dann sieht der folgendermaßen aus. Der macht genau wieder das, der zieht das exakt so weit hoch, dass es auf den Null landet. Und für den vierten sieht das genauso aus. Und wir sehen hier insbesondere, wenn wir uns mal die alle zusammenplotten, dass diese Setzung, dass Fn an den Stellen 2kpi gleich n ist, dass das sinnvoll zu sein scheint. F1 hat hier eine 1, F2 hat eine 2, F3 eine 3, F4 eine 4. Und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt hier noch weitermachen. Wie gesagt, der ist halt jetzt hier relativ beschränkt dahingehend, dass hier einfach nur hart drinsteht, D0 plus D1 plus D2. Wie gesagt, das würde ich gerne irgendwann nochmal so ein bisschen freundlicher gestalten. Vielleicht baue ich mal irgendwann so ein Gesamt-Applet, das halt diese ganzen Grafiken irgendwie ineinander baut. Aber Zukunftsmusik, wenn ich mal irgendwann Lust und Zeit habe, mich mit dem Wattblotlib auseinanderzusetzen. Gut, also so sehen wir je Kerne aus. Das ist die Memo und im Vergleich zu den Dirichlikernen sehen wir hier halt, das wird natürlich auch gegen unendlich gehen, weil Fn von 0 zum Beispiel ist immer das N. Aber wir haben gesehen, dass es auf jedem Intervall von 0 weg beschränkt im Supremum gegen 0 gehen wird. Ja, das heißt, wenn ich hier irgendwo beliebig nah abschneide, geht der Teil hier gegen 0. Ja, das ist so ein bisschen wie x hoch n. Wenn ich x hoch n auf 0 bis 1 betrachte, geht das ja auch punktweise gegen 0, außer in der 1. Aber wenn ich kurz vorher beliebig nah abschneide, habe ich punktweise gegen 0. Sogar gleichmäßig gegen 0. Gut, also nachdem wir uns jetzt das Ganze grafisch nochmal angeguckt haben, wollen wir jetzt halt hier auf den analytischen Beweis drauf. Und wie gesagt, wir machen mal kurz so ein bisschen Vorarbeit, was halt simpel ist und was halt ein bisschen mehr Arbeit quasi aufwirft. Also die wesentliche Arbeit dieses Beweises steckt in 2. Der Rest ist, ja, relativ elementar. Also Beweis. Ja, 1 ist klar. Und 3 folgt aus 2. Ich glaube, das hatten wir uns letztes Mal auch schon angeguckt. Weil, dass das Ding 2pi periodisch ist, folgt sofort aus der 2pi Periodizität der Dirichle-Kerne. Und dass das Ding gerade ist und größer gleich 0, folgt sofort, sobald wir diese Darstellung bewiesen haben. Das heißt, jetzt machen wir uns dann auch an diese Darstellung. Wir wollen also zeigen, dass fn von u das gleiche ist wie 1 durch n, mal so ein Sinusbruch und das dann im Quadrat. Wobei halt diese Stetigkeitsforderung hier an den nicht definierten Stellen des Nenars gilt. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen technischer Hikak. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen durchtasten. Wir fangen zunächst mal an mit einer Umstellung des Problems so ein bisschen. Wir fangen nämlich an mit 2 mal dem Sinusquadrat von u halber. Also wir gucken uns quasi so ein bisschen den Nenner zuerst an. Und multiplizieren das aber direkt durch mit dieser Summe der Dirichle-Kerne. Warum wir das machen, wird gleich deutlich. Gleiches Relativ. Irgendwo kommt da ein Sternchen vor. Genau. Naja. Dauert ein Momentchen, aber wird sich ergeben. So, das ist zunächst mal nichts anderes, als, naja, ich darf den Sinus reinziehen und benutze halt für das dj von u eine der Darstellungen, die wir im Satz 2.2 hatten. Und dadurch hebt sich nämlich einmal dieses Sinus u halber raus. Das heißt, wir landen bei j gleich 0 bis n minus 1. Zweimal jetzt nur Sinus von u halber. Und dann kommt hier Sinus von 2j plus 1 mal u halber. Das war diese Darstellung für den Dirichle-Kern, dass wir irgendwie hatten, dass dj von u das gleiche ist wie Sinus von 2j plus 1 u halber durch Sinus u halber. Und dadurch hebt sich jetzt hier eins dieser Sinus u halber raus. Gut, das nennen wir mal Sternchen. Das kommt halt später nochmal wieder. Und jetzt rechnen wir halt ein bisschen rum mit Additionstheoremen. Jetzt wird es halt ein bisschen eklig. Und zwar, es gilt 2 mal Sinus u halber mal Sinus von 2j plus 1 mal u halber. Das heißt, wir deckeln jetzt hier ganz speziell erstmal diesen Term. Das können wir umschreiben mittels des Additionstheorems für Sinus, äh, für Kosinus, Entschuldigung, zu 2 mal, und jetzt kommt das Additionstheorem, 1 halb mal Kosinus von u halber minus 2j plus 1 u halber minus Kosinus u halber plus 2j plus 1 u halber. Das ist einfach ein Additionstheorem für den Kosinus. Jetzt können wir natürlich hier drin erstmal ein bisschen aufräumen. Zunächst können wir draußen aufräumen, das kürzt sich offensichtlich weg. Nur weil alles tut ihm. So, wenn ich das hier vorne auflöse, dann lande ich bei Kosinus von minus j mal u. Einfach Klammer auflösen verrechnet. Wenn ich das hier hinten auflöse, lande ich bei Kosinus von j plus 1 mal u. Das Minus bleibt erhalten. So, jetzt wissen wir aber, dass der Kosinus eine gerade Funktion ist. Das heißt, der Kosinus von minus ju ist gerade der Kosinus von ju. Und hier hinten passt es für unsere Zwecke. So. Das heißt, wir haben jetzt diese Identität hier. Und das können wir jetzt in Sternchen einsetzen und können sagen, okay, die Summe über all diese, j gleich 0 bis n minus 1 2 mal Sinus u halbe mal Sinus von 2j plus 1 mal u halbe. Also das, was da oben quasi dann hinten drin steht, was wir jetzt hier gerade erschlagen haben, das ist erstmal nichts anderes als die Summe j gleich 0 bis n minus 1 Kosinus ju minus Kosinus j plus 1 u. Und dann sehen wir gerade, das ist ein Teleskop, Summe. Und was stehen bleibt, ist gerade quasi Kosinus an der ersten Stelle, also j gleich 0, das 1. Und Kosinus an der letzten Stelle der Auswertung, das heißt, es bleibt stehen 1 minus Kosinus von n u. n, deswegen, weil wir n minus 1 hier haben, das heißt, hier steht dann n minus 1 plus 1. Das ist also diese Teleskopsumme, die dahintersteckt. Gut. Jetzt wissen wir umgekehrt wieder, das ist auch so eine Folgerung aus den Additionstheoremen, wir können 1 minus Kosinus von irgendwas in ein Sinus Quadrat umformen, und zwar mit folgender Rechenregel, wir wissen 1 halb mal 1 minus Kosinus von 2x, das ist das gleiche wie Sinus Quadrat an der Stelle x. Ja, also an dieser Stelle kommen tatsächlich mal alle Additionstheoremen und Sinusformeln vor, die man so irgendwann mal gelernt hat, und bei denen man sich immer so ein bisschen gefragt hat, wofür braucht man die eigentlich, zum Beispiel hierfür. Das ist dann also das gleiche, wenn wir das hier drauf anwenden, wie 2 mal Sinus Quadrat an der Stelle u halbe. Also unser x ist hier quasi u halbe, und dann ergibt sich der Rest genau, wir müssen nur mit 2 durchskalieren, weil wir halt hier ein halb verlieren. So. Eingesetzt in Stern. Ja, was haben wir jetzt? In Stern steht ja 2 mal Sinus Quadrat von Gedöns hier ist gleich das hier. Jetzt können wir das also nach der Summe von den dj u umstellen, das heißt, wir müssen hierdurch teilen. Das heißt, zunächst mal steht da 2 mal Sinus Quadrat u halbe. mal Summe j gleich 0 bis n minus 1 dj u. Und jetzt können wir diese rechte Seite hier ersetzen durch das, was wir hier unten ausgenudelt haben. Das ist 2 mal Sinus Quadrat u halbe. Dann brauchen wir ein n verloren. Da. Hier steht es ja noch. Müssen wir das natürlich mitnehmen. Das ist zwar kein Skriptfehler, aber ich hätte es trotzdem gerne sauber. falls ich irgendwann mal auf die wahnwitzige Idee komme, die Scheiße noch in Beweis zu techen. So, und das können wir jetzt umstellen zu, okay, diese Summe j gleich 0 bis n minus 1 der Dirich-Leh-Kerne. Das ist gerade, die 2 kürzen sich raus und es entstehen Sinus Quadrat von n u halbe. Ich würde es hier natürlich auch mitnehmen. durch Sinus Quadrat u halbe. So, was fehlt jetzt noch, damit hier fn steht? Naja, eigentlich nichts. Nur, wir müssen es mit n durch multiplizieren. Beziehungsweise andersrum. Wir wissen, das hier, das ist n mal fn von u. So, das heißt, im Umkehrschluss können wir das jetzt nehmen und sagen, okay, fn von u. Ja, jetzt muss man hier noch durch n teilen auf beiden Seiten. Das ist also 1 durch n mal und jetzt können wir die Quadrate natürlich noch in Klammern rausziehen. und dann ist die Formel bewiesen für u ungleich 2k pi. Weil, das sind jetzt halt die Fälle, wo wir einen Nenner keinen Scheiß bauen. Weil dann dürfen wir hier nämlich durchdividieren, sonst dürfen wir das hier nicht. Das heißt, für u gleich 2k pi müssen wir jetzt anders argumentieren. Was wir aber jetzt hier auf jeden Fall schon mal sehen, dass fn außerhalb von u gleich 2k pi stetig ist. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch den Fall abfrühstücken, dass ja, diese Stetigkeit, dass in 2k pi auch wirklich das Ding gegen n geht. So, weil das außerhalb stetig ist, dürfen wir sagen, okay, fn, wenn ich betrachte den Grenzübergang u gegen 2k pi, dann ist das gerade 1 durch n mal, und jetzt darf ich den Grenzübergang nach drinnen verlagern. Ja, weil das alles außerhalb stetig ist, darf ich das nach innen verlagern und kann mir dann angucken, Sinus von n u halbe durch Sinus von u halbe, hier den Grenzübergang u gegen 2k pi und dann das Ganze quadriert. So, dem geben wir mal ganz kurz die Bezeichnung 2 Stern. Und was wir jetzt im Wesentlichen zeigen müssen, ist, dass hier drinnen dieser Grenzwert n ist. Und das machen wir dann in der nächsten Folge als erst. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet eine wenig Freude. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und tschüss.